Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Wodka-Melone hier selber richtig machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir eine kernarme Wassermelone, welche Zimmertemperatur hat und vor allem auch schön reif und süß ist. Das erkennst du am besten, indem du einfach mal dagegen klopfst und das Ganze sich jetzt relativ dumpf bzw. auch leicht hohl anhört. Auch benötigen wir jetzt natürlich einen Premium-Wodka, der am besten geschmackslos ist, also geschmacksneutral und vor allem schön aus dem Frierschrank, also eiskalt ist. Für meine Melonengröße reichen wirklich eine halbe Flasche, also 350ml vollkommen aus. Du kannst natürlich auch etwas mehr verwenden, jedoch wirst du dann immer weniger von der Melone schmecken, was natürlich auch nicht so der Sinn von der Sache ist. Nun gebe ich meine Wassermelone aber erstmal in eine einfache Schüssel rein, hat einfach den Sinn, dass das Ganze nicht mehr so leicht wegrollen kann. Und dann nehme ich mir mal meinen Flaschendeckel von dem Wodka zur Hand und diesen gebe ich jetzt einfach mal hier oben drauf mit etwas Druck und dann drehe ich ihn auch leicht. Hat jetzt einfach den Sinn, wir möchten herausfinden, wie groß eigentlich der Flaschenkopf von meinem Wodka ist. Und hier kann ich jetzt nämlich eine schöne Umrandung von der Größe sehen und das schneide ich jetzt einfach mal mit dem Messer noch aus. Hierfür mit einem scharfen Messer am besten wirklich einmal etwas größer als diese Auskerbung hier schön reinschneiden. Und wenn wir das haben, den Deckel einfach mal mit unserem Messer hier raushebeln und schon können wir in das Innere von unserer Melone schauen. Jetzt nehme ich aber noch einen Löffel zur Hand und dann vertiefe ich das Loch hier einfach mal ungefähr bis zur Hälfte von meiner Melone. Meine Tiefe hier sollte auf jeden Fall reichen. Das Fruchtfleisch kannst du natürlich jederzeit essen, so wie ich gerade eben auch. Und jetzt benötigen wir mal unsere Wodkaflasche. Diese kann ich jetzt nämlich einfach kopfüber hier direkt in meine Melone hineinstecken. Danach muss das Ganze übrigens noch in den Kühlschrank, also du benötigst auf jeden Fall den entsprechenden Platz in deinen Kühlschrank. Und wenn du natürlich den Platz nicht hast, dann am besten mal einen einfachen Trichter hier zur Hand nehmen. Diesen in meine Melone hier oben hineingeben, dann mit Wodka bis hier oben hin schön auffüllen. Und wenn die Melone immer mal wieder etwas Wodka aufsaugt, dann einfach so jede halbe Stunde von diesem hier etwas nachschütten. Bis natürlich die Flasche auch wieder ganz leer ist. Ich habe genug Platz, weswegen ich jetzt einfach mal diese Flasche hier kopfüber hineinstelle und dann hält das normalerweise auch von alleine, da wir diese Schüssel hier unten noch haben. Ich lasse meine Melone hier also noch etwa 12 bis 24 Stunden im Kühlschrank drin, bis der Wodka wirklich komplett aufgesaugt worden ist. Danach nehme ich sie heraus, schneide sie entweder noch in Scheiben oder Würfel und dann zum Schluss kann ich sie natürlich auch noch verantwortungsbewusst genießen. Und somit haben wir auch schon eine Wodka-Melone selber richtig gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein Premium-Wodka, ein neues scharfes Küchenmesser oder auch so einen Trichter für die Küche zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste bei das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank.